Aufgehen wir uns die kleine Sau mal an hier. Graaaad hab ich frisch rausgeholt. Die kann ich erst GANZ frisch zugebissen haben. Weil da diese ekligen Augen davor ist, müssen dann ja die Sägewerkzeuge sein. Ist das eigentlich scharf genug? Untergrund des Papiers, keine Haut, keine Sorge, die kommt mir nicht nochmal auf der Haut, die wird gleich sterben. Das was sie verdient hat, alter Miststück. Ekliges, stinkendes Grottzeug. Sie ist auf dem Weg und sucht nach mir. Ich werde dir gleich helfen. Schönen Tag.